Hallo? Im Ernst? Das ist meine Ausrede? Oh mein Gott, okay, wir sind völlig außer Atem. Hallo? Ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich habe ein Fahrrad. Wenn du willst, kannst du mir hinterher kommen. Können wir uns einigen, dass du umfällst und nicht zu laut schreist? Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren entspannten Folge Seven Days to Die mit dem Gamebruch und der Lydia. Leute, schön, dass ihr dabei wart. Äh, so, dass ihr dabei wart, dass ihr dabei seid. Äh, wir haben am letzten Mal die Quest angenommen, die war ungefähr einen halben Kilometer von uns entfernt. Äh, die Quest werden wir jetzt abgeben, ich bin jetzt gerade schon auf dem Weg zum Händler. Ich habe auf dem Rückweg vom Händler bis hierhin leider noch mal eine kleine Begegnung mit einem Hund gehabt. Oh, Entschuldigung, ich hau mir hier alles kaputt. Noch eine Begegnung mit einem Hund, ich hasse diese Hunde, Leute, diese Hunde sind wirklich furchtbar. Ähm, es war grausam, ich hatte nur den Schraubenschlüssel in der Hand, ich habe mich versucht so wehr zu setzen. Er hat mich halb zerlegt. Ich habe es überlebt, aber wir haben einige Bläsuren davon getragen. Ähm, wir sind zum einen, wir sind erschöpft, wir haben eine Schürfwunde, ich muss das alles mal behandeln. Die Schürfwunde könnte ich mit Aloe-Creme oder mit einem Werk, äh, mit einem Medizin-Kofferchen behandeln. Die Erschöpfung mit Vitaminen, die beschädigte Rüstung ist kaputt. Die müssen wir halt reparieren, ist einfach so, können wir nicht ändern. So, jetzt sind wir beim Händler, wir geben einmal die Quest ab, dann gehen wir kurz Taschen leer machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch mal an los und bluten noch eine kleine Runde hier vor. Und ich habe gesehen, hier ist noch Bob's Market Level 1, das könnten wir, glaube ich, ganz gut machen. Eventuell hat Bob's Market ein paar interessante Sachen für uns. Und ansonsten habe ich auch noch ein paar andere interessante Geschäfte gesehen, die ich mir gerne mal anschauen würde. Jetzt schauen wir mal, mechanische Teile mal 10, ich fertige das Zeitschriftenpaket. Ich glaube, wir nehmen das Zeitschriftenpaket. Klingt ganz gut, ich glaube, da können wir was mitmachen. Hast du irgendwelche Aufträge? Stufe 2 Handelsroute öffnet, 1,7 Kilometer. Ich nehme die Quest schon mal an, wir werden uns dabei gelingert und kümmern. 1,7 Kilometer ist halt eine Ecke. Ich glaube, das ist dann der Weg zum nächsten Händler. Vermute ich, bin mir aber nicht ganz sicher. So, jetzt schauen wir mal. Fahrrad? Kriege ich ein komplettes Fahrrad jetzt von dir? Zweimal Wasserfilter oder ein Fahrrad? Wir haben ein Fahrrad. Leute, im Ernst, haben wir jetzt ein Fahrrad? Wir brauchen es nicht mehr bauen. Wir haben ein Fahrrad bekommen. Dankeschön. Super. Händler, du bist der Beste. Hätten wir mal früher losgequestet. Ich wusste nicht, dass es uns das Fahrrad hier als Belohnung gibt. So, komm, wir verkaufen mal ein paar Sachen. Wenn ich es nicht unbedingt dringend brauche. Leute, wir haben so viel Kohle. Das ist ja wunderbar. Und wir haben einfach... Was ist denn das für ein primitiver Bogen? Wir haben auch einen primitiven Bogen. Dann würde ich sagen, du willst ihn nicht haben. Schade, schade. Schade, Marmelade. Ich gebe hier einfach mal so ein paar Sachen ab, wo ich momentan auch sage, weiß ich nicht, ob ich die dringend brauche. Schiene. Ja, nimm mal mit. Was jammachst denn du so? Ich weiß, dass du ja schon bist. Ich glaube, du hast Durst. Hast du vielleicht geradezu, weil ich was Neues reinbekommen und hast was zu trinken? Habe ich mir doch nochmal dein Inventar. Ähm, Nahrungbar. Hier. Er hat immer noch nichts zu trinken. Ist nicht so wild. Aber ich nehme einmal den Grill mit, wo wir doch schon mal hier sind und ein bisschen Geld haben. Wie viel haben wir? 2400. Ich könnte zwar auch noch einen Wasserfilter mitnehmen, aber ich denke, den Grill, den wollen wir auch auf jeden Fall haben. Wunderschön. Dann haben wir ja eine schöne Aufgabe für heute. Ich würde sagen, wir gehen gleich einmal trotzdem kurz in Joes Laden rein. Ähm, gucken einmal nach... Hallo? Im Ernst? Ist meine Ausbildung? Oh mein Gott. Okay, wir sind völlig außer Atem. Das ist nicht gut. Wir sind wieder mal total gut auf sowas vorbereitet. Achtung, warte gleich. Gleich kannst du einen haben. Hier, Achtung. Du nimmst den Kopf. Vielleicht kippst du einfach mal um, mein Lieber. Oh Gott, Leute. Ich glaube, wir sind des Todes. Alter, Schöne. Geh doch einfach weg und fall einfach um. Warum haben wir jetzt so einen Affen hier vor der Türe? Was ist hier noch? Jetzt höre ich auch noch irgendwo eine Zombie. Zombie-Laufgemeinschaft. Kann das sein? Bitte, wir sind einfach völlig erschöpft. Ich gucke, dass ich dich mal hier hinten so rumlocke. Keiner rum. Okay, der ist hinüber. Dann trinken wir mal eben schnell einen Schluck. Und dann sollten wir auf jeden Fall unsere Blisuren behandeln. Damit wir ein bisschen besser auf Dauer regenerieren. Sind die andere nette Dame noch hinter uns her? Oder hast du dich zurückgezogen? Uh. Ich weiß. Ja, genau. Hol dir mal was zu trinken. Und dann gehen wir rein ins sichere... Ins sichere Heim. Ins vermeintlich sichere Heim. So, Leute. Ist ja aufregend hier heute. Aber wir haben ein Fahrrad. Wir haben ein Fahrrad. Ich bin ja unglaublich glücklich. So. Wir machen hier mal schnell das Feuer nochmal an. Ich glaube, wir haben Eisen. Wir haben Blei. Wir haben Eisen. Das schmelzen wir sofort wieder ein. Super. Und dann kannst du auch mal direkt nochmal ein bisschen Eisen fertigen. Ich denke, das ist nicht unwichtig. Brauchen wir auf jeden Fall einiges. Ne, das kannst du jetzt gerade noch nicht mehr haben. So. Dann pack mal schnell dein Kremper hier raus. Alles, was wir gerade nicht dringend brauchen. Ich höre draußen noch die Zombies schleichen. Das macht mich nervös. So. Wir hatten auf jeden Fall hier Vitamine. Wir können hier doch mal Vitamine benutzen. Vielleicht kriegen wir deine Erschöpfung damit ein bisschen in den Griff. So. Aber wo wir jetzt noch gerade die Vitamine gegessen haben, würde ich sagen... Kloppen. Ich glaube, wir müssen raus. Ich habe keine Lust, dass ihr mir hier meine Bude zerlegt habt. Dafür bin ich noch nicht... Meine Güte, wie viele Zombos jetzt hier in unmittelbarer Umgebung rumrennen. Das wird auch irgendwie immer wilder. Dabei haben wir doch den Gebietsschutzblock. Oder seid ihr einfach so zugereist? Seid ihr nicht gespawnt, sondern zugereist? Das Auto müssen wir auch auseinanderschrauben. Auseinanderschrauben, das gibt Teile. Macht auf, macht es zu. So. Genau. Ich habe die Vitamine genommen. Das bedeutet, wir können jetzt unsere Brote essen. Und das sollten wir doch mal machen, weil wenn ich das richtig verstanden habe, können wir jetzt die Brote essen ohne Durchfall zu bekommen, weil wir genügend Vitamine haben. Ein bisschen Leben verlieren wir trotzdem. Wir nehmen gleich mal ein paar Tabletten. So. Dann sind wir vielleicht trotzdem mal gut gesättigt. Pack es wieder weg. Wir essen mal eine Schmerztablette. Das ist okay. Und packen ein bisschen Gedöns hier wieder raus. Gut sortiert sollte es sein. Blaubeeren. Und ich brauche für solche Dinge immer irgendwie gefühlt viel zu lange. Aber ist kein Problem. Eventuell schneide ich es uns dann kürzer. Hatte ich denn die Federn? Die hatte ich irgendwo anders drin, aber ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Genau. Hier hatten wir die Federn. Den Grill. Den Grill müssen wir in Betrieb nehmen. Und ich höre schon wieder ein Zombie. Hast du uns gehört? Grill das Fleisch. Das können wir lieber machen. Abbrechen wir mal das Fleisch. Und dann grillen wir doch schon mal. So viel würde ich hier weg können. Und ich gehe gleich nochmal raus. Und Schaf und Siebzorn bis hier vom Hals. Grill das Fleisch. Mach einfach mal. Ich weiß, ich weiß. Ach, die Mutti. Hallo. Hallo, Mutti. Bigge Mama. Ich weiß. Du wolltest uns auch mal lange wieder besuchen. Ich habe mich lange nicht mal hier gemeldet. Bigge Mama. Aber. Jui. Klüppel da nicht so. Also die Gute, die hält immer sehr viel. Ist auch eine der Stärkeren. Und ich habe keine Ausdauer. Ich weiß. Die Gute ist gerade leider ein bisschen schwierig. Komm, können wir dich nicht irgendwie hier in die Spikes locken? Ich habe hier so schöne Spikes gebaut. Guck doch mal. Wäre das nicht was für dich? Oh Mann, du hast ins Knie gestochen. Tut mir leid. Jetzt lass mich doch echt mal in Ruhe hier mal. Wenigstens für ein paar Minuten. Ich will hier eine entspannte Folge machen. Und ihr Zombies geben mir die ganze Zeit auf die Nerven. So, jetzt aber nochmal gucken. Die Pilze packen wir wieder zurück. Ich glaube, die Erschöpfung ist soweit genesen. Dann haben wir doch bestimmt noch irgendwo. Hallo Vera. Oder wir haben ein Verbandskasten. Komm, den benutzen wir mal. Ui. Sehr gut. Aber wir sind noch durstig. Trink doch mal schnell. Was haben wir denn hier? Wir haben Kartoffelsamen. Wir müssen auch ganz, ganz dringend mal was anpflanzen. Wir brauchen Bete, damit wir hier auch mal was mitmachen können. So, wir öffnen jetzt die Kiste noch. Das gibt ja Bücher. Gewehre. Jawohl. Und was haben wir noch? Fertigung von Vorschlag. Kämmern. Auch schön. Und was zum Jagen. Fertigung von Bögen. Verbessert. Herrlich. Leute. So, was kann ich hier noch alles rauspacken? Wir haben so viel Zeug und ich weiß gar nicht, ob ich das alles packen soll. Ich sag mal, das packe ich noch mal hier. Die mechanischen Teile packen wir hier rein. Ich brauche jetzt kein Fahrrad mehr bauen. Hö, sehr schön. Wir hatten mechanische Teile gefehlt fürs Fahrrad. Jetzt haben wir es aber da. Gucken wir mal, das sieht doch eigentlich schon gut sortiert aus. Wo habe ich denn meinen? Ich hatte doch irgendwo schon mal eine Schiene hingepackt gehabt, Leute. Ich mir gebaut hatte und dann doch nicht benutzt. Ist egal. So, ich brauche gar nicht. So ein Stück Fleisch haben wir noch da. Das kommt noch nach hier. Messing packe ich in den Ofen. So, dann sind wir auch gleich durch. Und dann können wir gleich schon losziehen. Wo und ich nehme ich vielleicht mit trübes Wasser. Könnten wir kochen? So, trübes Wasser bitte einmal einkochen bitte. Hallo. Nein. Warum mache ich denn sowas? Oh Mann. Hoffentlich kriegen wir jetzt keinen Durchfall. Ich wollte dich doch kochen. So, ich habe noch Nägel. Die müssen noch weg. Genau. Einmal die Nägel weg. Den Rollenbogen hier. Den brauchen wir auch nicht. Und dann packt man das Fahrrad unter den Pogo. Und zieht mal mit dem Radl los. Oh, ich sehe gerade. Ich habe noch Munitionsteile. Die können wir auch auspacken. Und dich möchte ich bitte mit den Fallen des Hundes einmal parat haben. So, ich denke, das kann man mal ein bisschen Holz, ein bisschen Stein, um zu reparieren. Wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Ja, Mann. Ja, Mann. Ich möchte wirklich jetzt los. Es ist echt so. Die Leute wollen nicht immer sehen, wie ich euch hier von meiner Bude wegkehre. Wir wollen auch mal ein bisschen Action haben. Packt man das Rad hier hin? So. Oh, ein schönes Fahrrad ist das. Mann, Leute. Ja, mein Bike. Wunderbar. Ja, wir sind im Radl da. Das ist doch herrlich. Wunderschön. Jetzt geht es los. Gib mal ein bisschen Kette hier. Ich möchte aber, bevor wir die 1,6 Kilometer durchradeln, einmal kurz bei Boos Market vorbeischauen. So, wie steigen wir jetzt am besten ab? Da liegt es. Ein wunderschönes Rad. Leute, das gefällt mir gut. Und jetzt machen wir hier mal die Türe auf. Ich hoffe, das passt zeitlich alles gut in den Rahmen. So, ich schlage es ein. Es ist nur ein Level 1 Haus. Aber auch hier könnte es ja doch vielleicht ein paar Schüttelsachen rausgeben. Wie war es denn, ich habe es ja was aus den Augenwinkeln, Zungen gesehen. Einmal die Kühlboxen. Und auch wenn es so trübes Wasser ist, nehme ich das gerne. Sehr, sehr gerne. Das ist ein wichtiger Loot. Gut, den Laden hätten wir uns schon früher anschauen müssen. Das ist ja auch ein Bücherregal. Oh, Papier. Warum juckt meine Nasen so? Leute. Ich glaube, ich habe eine Allergie gegen Zombies. Kleber. Super. Endlich Kleber. Und ich frage mich, warum war ich hier noch mehr Kleber. Warum waren wir hier noch nicht drin? Und wir nehmen mal den Schlüssel. Damit aktivieren wir noch bestimmt wieder irgendwas. Könnte auch noch ein bisschen was sagen. Keine Ahnung, was wir jetzt aktiviert haben mit dem Schalter. Aber wir gehen mal weiter rein. Liegt hier oben noch irgendwas? Oder hier unten? Kochen. Hoffentlich lernen wir da auch mal irgendwann nochmal was Schönes. Aber schon mal super, dass wir jetzt Fleisch grillen können. Das ist schon ein irrsinniger Schritt nach vorne. Warum sind denn so wenig Zombos hier heute? Ich meine, ich sollte den Tag nie vor dem Abend loben. Das erkennt man ja. Und im Keller ist garantiert noch was los. Hallo? Keiner da? Was ist denn los hier? Da geht's weiter. Da geht's noch weiter. Aber hier sollte ich auch mal reinkommen. Das mache ich vielleicht dann mal des Nächten, dass ich mir... ...und ein bisschen die Sachen abbauen gehe. Ein unterirdischer Tunnel? Allein ist hier jemand im Bunker gegrafen. Wie ist das denn bitte? So, komm. Bringt noch mal. Ich weiß ja, dass du durstig bist. Ach Leute, was geht's denn hier? Ein Generator? Oh, hier tun wir es aber erst leer. Was? Das ist ein Nächten, das ist dann leer. War haben wir schon mal hier? Ich war hier doch noch nicht. Was ist es auch leer? Okay. Anscheinend sind wir hier schon gewesen. Wahrscheinlich sind wir dann hierher gekommen. Ach, das ist der Wohnwagen. Ach, schöne Sache. Gut. Dann sind wir anscheinend durch die Bude schon durch. Wo habe ich jetzt mein Fahrrad gestellt? Das war doch da vorne. Haben wir jetzt wirklich tatsächlich den ganzen Laden schon gelootet? Kann es das echt gewesen sein? Oder sollen wir jetzt hier noch irgendwas rausholen? Leerer Schrank, leerer Schrank. Alles leer, leer, leer. Nein, Klappmöbel nehmen wir nicht mit. Was war denn hier? Sind doch noch Toiletten. Guck mal, hätten wir fast das Klopapier vergessen. Dann hätten wir das nächste Mal da gestanden und hätten nicht gewusst, wie wir was abputzen. Bücher auf dem Boden, im Klo natürlich. Ich lese natürlich auch immer auf Klo. Ah, wichtige Informationen, die kein Mensch braucht. Aber ich denke, wir sind hier mit durch. Alles klar. Dann stapp dir jetzt das Rad oder guck noch mal kurz in den Laster rein. Wir könnten natürlich auch noch ein bisschen an den Wagen schrauben, weil wir werden die... Wir haben schon wieder... Oh, was ist denn los mit dir? Lydia, wie viel trinkst du? Ich schraube noch ein bisschen an den Wagen. Vielleicht können wir von den Parts auch ein paar verkaufen dann beim Händler, damit wir uns eventuell noch mal einen zweiten Wasserfilter gönnen können. Also Lampen auf jeden Fall. Die lohnen sich mehr oder weniger. Das kann man machen. Puh, ja. Ich weiß. Wir fahren ja gleich. Dann kannst du radeln. Das ist ein bisschen entspannter. Aber ich würde die Teile halt gerne mitnehmen, damit wir noch ein bisschen was Geld machen können beim Händler. Vielleicht können wir dann so ein paar Teile hier zu Geld machen. Einen Motor haben wir ja schon. Mechanische Teile behalten. Aber ein bisschen was können wir jetzt zu Kohle machen. Wir können doch so viele Autos auseinanderschrauben. Eventuell suche ich mir mal nachts, wenn ich Off-Stream bin, mal einen Autofriedhof und schraube mir dann mal Teile zusammen. Komm. Die 64. Kriegst du jetzt noch hin. Einmal ohne zu jammern, bitte. Dankeschön. Du bist ja auch gar nicht so schwer überladen. Wir haben ein Fahrrad, Leute. Wir haben ein Fahrrad. Und ich habe so darauf gehofft, es bauen zu können. Ist das schön. Es ist zwar nicht irrsinnig schnell, aber es ist schon flott. So, dann können wir hier auch gleich einmal durch das... Ne, fahren wir nicht. Ich habe gleich... Wir fahren hier durch ein Gebiet, wo ich gerade hergelaufen bin. Off-Screen. Genau, hier vorne sind nämlich noch ein paar interessante Geschäfte drin. Da würde ich auf jeden Fall gerne mal mit euch rein und schauen, was wir da noch an schönen Loot rausholen können. Hier sind noch so viele coole Gebäude, Leute. Wir haben hier noch so unglaublich viel zu tun. Aber jetzt machen wir heute einen schönen... Oh, das ist ein Karlskorn. Ja, Korn kann man auch gebrauchen. Jetzt machen wir heute eine schöne Radtour. Das ist doch auch mal was Feines. Ui, pass auf, ruh den Fers. Ei, 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 ei. Da vorne ist was Medizinisches. Sollten wir vielleicht auch mal einsteigen. Wir müssen uns die ganzen Dinge... 1,2 Kilometer dauert aber auch mit dem Radl halt doch schon noch eine Weile. Das Gute ist halt, es verbraucht weniger Ausdauer als die Rennerei. So, komm, wir machen mal eine Runde entspannt. Sollen wir mal den... Komm, halt mal kurz an. Halt einmal kurz an. Hast du deine Achse verpackt? Vielleicht kriegen wir nochmal einen Honig. Nein, das ist auch schon Sache. Beim ersten Mal haben wir direkt aus zwei Baumstümpfen zweimal Honig bekommen. Und jetzt gibt es gar keinen mehr. Aber ich hörte ja schon, dass da schon viele Leute quasi dran verzweifelt sind. Wir haben halt am Anfang ordentlich Glück gehabt. Das Fahrrad hat 100 Prozent. Unsere Kniewunde scheint langsam zu heilen. Sie ist übrigens verbunden. Das ist doch schön. Und wir haben Durst. Vielleicht hat ja die Händlerin oder Händler, zu der wir jetzt gerade fahren, ein bisschen was zu trinken für uns. Wäre wünschenswert. Leute, das sind doch schon schöne Landschaften hier, oder? Ich finde, kann sich sehen lassen. Als ich das Spiel damals die ersten Male gespielt habe, fand ich die gerade... Oh, einen Moment. Fand ich die Grafik immer gar nicht schön. Also das Spiel war immer cool von den Mechaniken her. Aber die Grafik war immer so... Ja, also so wie ich mich erinnern kann, hat es mir eigentlich optisch gar nicht gut gefallen. Aber mittlerweile, muss ich sagen, macht das schon ordentlich was her. Ich hole mir jetzt nicht alle Vogelnäste, aber zumindest ein paar. Hallo. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ich habe ein Fahrrad. Wenn du willst, kannst du mir hinterher kommen. Aber ich warte nicht. Ich bremse nicht für Zombies. Da war noch ein Baum stumpf. Ich habe ihn gesehen. Aber ich fahre weiter. Mein Ziel ist der Händler oder die Händlerin. Neue Handelsrote. Und wir schauen mal gerade, wo sind wir hier? Das ist die Nachbarschaft. Die Nachbarstadt. Der Nachbarort. Wer weiß, was hier alles Schönes auf uns wartet. Aber ich denke, denke, denke. Wir haben in unserem Örtchen schon so viel noch zu tun. Wir sollten uns hier eventuell trotzdem eine kleine... Jetzt wären wir fast gegen den Zaun gefahren. Trotzdem eine kleine Zweitbase einrichten. Zumindest so eine Lootbase, wo wir ein paar Kisten haben und ein paar Sachen zwischenlagern können. Aber wenn mich nicht alles täuscht, hat ja das Fahrrad auch quasi einen Gepäckträger, den man mehr oder weniger als Kofferraum benutzen könnte. Da bräuchten zu viele Nester. Ich würde gerne einmal hier langlatschen, die ganzen Nester leer machen. Ein schöner kleiner See. Mach mal langsam. Mach doch mal langsam. Lydia. Die Sonne geht runter. Uiuiui. Und wir haben immer noch 200 Meter zu fahren. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich, oder ich muss wahrscheinlich, dann bei Nacht zurück radeln. Ist nicht so schlimm. Was mache ich dann? Offspin. Noch einmal kurz hier. Schön im Licht. Das sieht doch mal schick aus. Ich mache mir einmal kurz ein Foto. Das ist doch mal nice. So, links rum. Vielleicht fährst du auch auf der Straße. Vielleicht geht das sogar schneller. Man weiß es ja gar nicht. Aber ich hörte mal, auf Straßen fährt es sich besser. Naja, hat sich nicht gelohnt. Die Straße ist hier schon wieder zu Ende. Aber ich glaube, da ist der nächste Händler. Ich sehe da was. Jawohl. Wir sind schon da. So, ich stelle das Fahrrad ab. Und dann gucke ich einmal kurz. Mit dem... So, mach doch mal langsam. G gedrückt. Alte G gedrückt, um zu interagieren. Wir können fahren. Wir können es öffnen. Wir können es abschließen. Wir können Code eingeben. Nehmen. Upen. Wunderschön. Aufbewahren. Wir gucken mal kurz. Mit dem Kofferraum. Hallo? Okay. Das war es nicht, was ich meinte. Aufbewahren. Das ist es. Genau. Da ist nämlich unser Kofferraum. Und da könnten wir mal ein paar Dinge reinspeisen. Wie zum Beispiel. Was können wir denn? Papier wird der Händler uns nicht abnehmen. Das nimmt der Händler uns auch nicht ab. Das will ich sowieso behalten. Elektrische Teile nehme ich mit. Den Motor verkaufe ich eventuell. Die Federn behalten wir. Klebeband gebe ich nicht her. Wenn es hier kann, ist das müssen wir mal schauen. Das und das nehmen wir mit. Es ist nicht riesenlos. Aber es macht doch schon einiges her. So. Noch hat der Händler. Mein lieber Trader Joel. Sieht genauso aus wie bei uns. Kein großer Unterschied. So. Da sehen wir. Na, will er. Hallo? Ich habe deinen Retortenkumpel drüben getroffen. Bist du nicht der gleiche? Wir kriegen nur Erfahrung. Gut. Nehmen wir mit. Hast du irgendwelche Aufgaben? 300 Blitz. Vergrabene Vorräte. Stufe 2. Befallene. Beseitigt. Um zuvor wiederherstellen. Nö. Ist mit 2. Befallene. Alles Level 2 Aufträge. Wir könnten dir mal so ein Auftrag an. An dir mal gucken, wo uns das hinführt. Let's get the ball rolling. Aber erstmal möchte ich jetzt dein Inventar sehen. Ich würde dir gerne was verkaufen. Einmal das. Und eventuell ein paar. Nö. Vielleicht nicht. Was ist denn hier mit? Da gibst du mir gar nichts. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Aber so ein Lämpchen kannst du haben. Das hier kriegst du auch. Was ist denn hier mit dem Flachmann? Haben wir noch irgendwas, was du eventuell nimmst? Ne. Keine Ahnung. Nimm das behalten wir. Dann schauen wir mal nach. Hast du eventuell Wasser für uns? Wunderbar. Das kaufe ich dir alles ab. Und wenn wir noch... Haben wir natürlich nicht genügend Kohle. Ich hätte sonst noch den Filter gekauft. So. Danke sehr. Wir haben schon 21.20 Uhr. Das bedeutet... Ja. Ich sollte die Heimreise antreten. Da hinten. Das die fühle ich oft gemacht habe. Wir schauen mal an. Die Quest liegt zwischen unserer Basis und diesem hier. Würde ich natürlich ganz gerne machen. Aber ich möchte das Gebiet eigentlich nicht bei Nacht säubern. Da habe ich jetzt gerade gar keine Lust drauf. So daher schwingen wir uns aufs Rad. Und treten die Heimreise an. Ja, ich weiß. Es fängt auch an zu regnen. Kann das sein? Ich sehe da so ein paar Tröpfchen Niesel. Und überall sind Zombos. Hallo. Kennen wir uns auch schon? Oh, jetzt hat es gerubelt. Na ja, hier ist aber eine Menge los. Also den Wachmann, den habe ich auch noch nicht gesehen. Den kannte ich noch nicht. Ich habe das Gefühl, dass hier doch ordentlich was los ist. Und schon wieder einer. Ich hätte hier gerne irgendwo eine entspannte Straße, um nach Hause zu fahren. Na ja, ist so schön. Ihr könnt ruhig alle hinter mir herlaufen. Ich denke, solange wir doch ordentlich mitten in der Nacht haben, klappt das von der Geschwindigkeit auch. Ich weiß gar nicht, ab wie viel Uhr rennen die Zombies oder laufen die Zombies schneller. Ist das schon ab 10? Dann bin ich mich mal entspannt, da weiß ich gar nicht, ob wir mit dem Fahrrad so sicher unterwegs sind. Aber wenn ich in die Pedale trete, sollten wir doch doch, 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 sollten wir doch trotzdem schneller sein als die lieben Zombos. Die Scrain ist auch immer so weiter geht's. Wir fahren ein bisschen querfeldein. Blood Forest. Oh, das klingt aber gar nicht schön. Es muss ja runter, warum der Wald die Namen trägt. Ist das nicht herrlich? Unterwegs mit dem Rad. Könnte schneller sein, aber wir müssen wenigstens nicht so oft verschnauben. Von daher, die Aussage geht zwar auch runter, aber nicht ganz so schnell gefühlt. Au! Achtung! Eisenklotz voraus. Kann man eigentlich auf das Fahrrad auch eine Lampe schrauben? Also ich glaube, das Fahrrad hatte auch Modifikationen, wenn ich das richtig gesehen habe. Da muss ich mich auch mal mit befassen. 22 Uhr. Verdammt. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir high nach Hause kommen. Ich spare mal Ausdauer. Und tritt nur dann in die Pedale, wenn wir verfolgt werden. Ich meine, das ist gruselig. Ich möchte nicht nachts im Wald sein. Nicht allein. Lydia, was machst du? Du hast immer so tolle Ideen. Lydia. Das ist schade. Da haben wir euch doch schon einrennen. So, komm, tritt man die Pedale an. Gucken wir mal, ob das Geschwindigkeit technisch auch funktioniert. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir sind schon relativ da. Eventuell schaffen wir es nach Hause. Ich möchte mir natürlich, wenn es geht... Was ist das denn da oben? Wo bin ich denn hier? Schaut doch mal in die Gun Range. Leute. Da müssen wir rein. Da muss ich rein. In die Gun Range. Da gibt es garantiert gute Waffen. So, wir fahren mal hier rum. Den Spot müssen wir uns merken. Guck mal hier. Hier waren wir doch schon. Hier ist die Schule. Ja, ja, ich weiß. Komm ruhig mit. Ich hätte so gern ein Licht am Fahrrad. Ich sehe da vorne schon unseren... unseren Home-Spot. Es leuchtet grün. Sehr schön. Wäre nur schön, wenn mich nicht allzu viele Zombies verfolgen. Ich möchte eigentlich nicht zum Tee einladen. Nicht um diese Zeit. Da ist ein Reh. Ich schu... Um die ZEI-Auto. Die müsste ich eigentlich auch mal aufschließen. Aber ich habe aktuell leider... Oh, da ist wieder jemand. Mann, wie groß ist das, wenn die Geräusche lauter werden. Mann, diese Musik. Die macht mich fällig. Bob's Market. Da waren wir gerade. Der Mond. Schaut mal. Wie schön das auch sieht. Sinn. Beim Mondenschein fahren wir hier mit dem Fahrrad rum. Wunderschön. Und auch noch so ein schickes Bike. So, da ist schon unser Base. Leider haben wir noch keine Türe. Aber da würde ich mich dann bei Gelegenheit drücken. Können wir mal gucken. Können wir hier reinfahren? Kannst du hier so durchfahren? Sehr schön. Dann park mal deinen Drahtesel irgendwo hier schön an der Seite. So, und verhalte dich schön leise. So, wir schauen mal kurz nach, was wir im Fahrrad deponiert haben. Was nehmen wir jetzt alles mit aus? Hätten wir gar nicht machen müssen. Aber ist ja gar nicht schlimm. So, rein mit dir. Und verhalte dich leise, Lydia. Nicht, dass uns gleich wieder die Zombos besuchen. So. Hör ich schon wieder jemanden schleichen. Ich würde sagen, ich wurde entdeckt. Fragt sich nur von wo und von wem. Und warum. Und wieso überhaupt. Schau dich um. Das muss das Zombie-Gespür sein. Weswegen die... Die Zombies mich auch im... Inneren so wüttern. Na. Versuch doch mal zu treffen. Oh Mann. Können wir uns einigen, dass du umfällst und nicht zu laut schreifst? Dass ich einfach mal in Ruhe hier machen kann. Auch wenn es nachts ist. Sag deinen Kumpels, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Wir haben noch keine Tür draußen. Und die ganzen Wände sind auch noch nicht sicher. Ich muss Holz hacken gehen. Ius. Ich muss im Wald. So, komm. Rein hier. Rein mit dir. Ja. So, ihr Lieben. Wenn euch die Folge gefallen hat. Wir haben einen Fahrrad. Wir hatten den ersten die erste Fahrrad-Tour. Haha, Wahnsinn. Wenn euch die Folge gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal und kommentiert fleißig das Video. Ich freue mich auf euch. In diesem Sinne, ich mache Schluss. Ich gehe noch ein bisschen Holz hacken. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer GamePro.